Buchstaben erkennen. Mach mit. Was ist denn hier passiert? Ein Haufen voller Buchstaben. Die wohnen doch eigentlich in verschiedenen Räumen in der Burg. Kannst du Linus und Mia dabei helfen, die Buchstaben in die richtigen Räume zu bringen? Dazu musst du nur erkennen, welcher Buchstabe es ist und welche Wörter mit diesem anfangen. Auf geht's! Was ist das hier für ein Buchstabe? Wie klingt er? Das ist ein E. In welchem Raum wohnt wohl das E? Welche dieser Dinger fangen mit E an? E wie Erdbeere oder auch Ente oder auch Elefant. Das passt. Und was ist das hier für ein Buchstabe? Ein A. Kannst du sehen, in welchem Raum das A wohnt? A. Wie Arzt. Oder auch Apfel. Oder Affe. Kennst du auch schon diesen Buchstaben? Ein K. Weißt du, in welchen Raum Mia und Linus das K bringen sollten? In diesen hier. Die Katze sitzt in einem Korb. Beide Wörter beginnen mit K. Auch das Wort Karotte beginnt mit K. Und was ist das hier für ein Buchstabe? Ein P. Ah, perfekt. Das passt ja in diesen Raum. P. Wie Palme. Und Pinguin. Und auch Paprika. Kannst du auch herausfinden, in welchen Räumen diese drei Buchstaben wohnen? Das hier ist ein O. Es wohnt also in diesem Raum mit dem Otter und der Orange. Das hier ist ein H. Das H passt zu der Maus. Der Marmelade. Und der Milch. Und dieser Buchstabe hier ist ein H. Es passt also zu dem Nilpferd. Und der Nuss. Nun sind nur noch drei Buchstaben übrig. Kannst du auch diese in ihre richtigen Räume bringen? Das hier ist ein B. B. Wie Bär. Banane. Oder auch Baum. Das hier ist der richtige Raum. Und was ist das für ein Buchstabe? Ein I. Wie Igel. Oder Iglu. Oder auch Insel. Und der letzte Buchstabe ist ein H. Das passt zu dem Löwen. Und der Lampe. Perfekt. Alle verlorenen Buchstaben sind wieder zurück in ihren Räumen. Super. Doch wie sind die Buchstaben eigentlich so durcheinandergeraten? Oh nein! Da schleicht wohl ein Poltergeist durch die Räume.